Hallo und willkommen zurück bei Adrift. Wir sind anscheinend in einer Art von innerem Biotop gelandet. Warte, ich wollte die Wassertropfen schlagen. Was mache ich da? So. Stopp mal. So, stopp, 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 stopp. Okay. Du wirst mein Opfer werden. Hör! Verdammt! Nein, die Wassertropfen sind mächtiger, als ich es jemals erwartet habe. Wir sind auf jeden Fall immer noch in dieser sehr, sehr unguten Situation, nenne ich es mal. Und, warte mal, dich hole ich mir. Und ich weiß ja nicht, wie man in so einer Situation wirklich reagieren würde. Falls einer von euch da draußen zufällig Astronaut ist und schon mal in so einer Situation war, sagen wir mal Bescheid, wie das so ist. Sind dann gewisse Tanks, die man am Anzug trägt, schneller voll als sonst? Würde mich interessieren. Okay. Wir öffnen die Luke. Hydroponic Labs sind wir jetzt. Okay. Da gibt's Luft. Köstlichen Sauerstoff. Komm zu mir. Hab dich. Ich wollte nur kurz schauen, was da hinten noch war. Moment. Mission Control to North Star 4 Survivors. Do you copy? Hi. Sag was. Verdammt. Warum habe ich kein eingebautes Funkgerät? Oder ist es kaputt? So viele verschiedene Pflanzensorten, die hier gehortet werden. Ich scanne mal kurz den Raum. Da hinten ist irgendwas. Da sind einfach nur Kisten. Okay. Okay. Na gut. Wir fliegen mal weiter. Ach, wie schön. Ist das ein Kirschblutenbaum? Kann ich den verprügeln? Ich probiere es mal. Hä. Ne. Aber ich bin noch nie so einfach auf einem Baum hochgeklettert wie hier. Und ich hänge fest. Okay. Das wäre voll der traurige Tod, wenn man auf einer Raumstation vom Baum fällt und stirbt. Komm ich gerade von da? Oder? Ich sollte einfach dem Pfeil folgen, der mir nicht mehr angezeigt wird. Okay. Doch. Da ist er. Ich war nur gerade etwas blind. Oh, Luft. Moment, ich muss ganz kurz nach Luft ausschalten. Bleib mal stehen. Beruhig dich mal, okay? Die Frames sind gerade ziemlich im Keller, aber das ist mir egal. Da vorne ist Luft. Komm schon. Schnapp dir das Teil. Nein. Nein. Ah. Das ist gerade nicht so einfach. Jetzt. Okay. Stopp. So. Und jetzt? Ganz langsam. Okay. Mann, war das gerade stressig. Muss ich da rein? Ich glaube nicht. Geht die Tür überhaupt auf? Ja. Da vorne ist was zum Anhören. Moment. Das möchte ich noch machen. Das möchte ich noch machen. Personal Log. Systems Specialist. McDonough. Andrew. 11. June 2037. Lucy's recital is a note-perfect Beethoven Sonata No. 8. Jahrhund. Wirklich. Derartig. Zinn. Derartig. Derartig. Schön. Ich bin so stolz von ihr. Nee, warte mal, da war ich ja. Da komme ich ja her. Ähm. Ich würde ja gerne antworten, aber ich bin gerade verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hm? Ich hole mir mal noch eine Sauerstoffflasche. Habe ich gerade so spontan beschlossen. Aua. Ich bin in den Ast geknallt. Im Weltraum. Wer kann das schon von sich behaupten? Oder muss ich da rein? Nee. Ich glaube nicht. Aber ich bin gerade echt verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Stopp mal ganz kurz hier. Okay, der Pfeil zeigt da rüber. Das ist von da, wo ich gerade gekommen bin. Hm. Okay, ich folge mal einfach dem Pfeil. Wird schon passen. Unterwegs schlürfe ich noch etwas von dem Sauerstoff Zeugs. Das fährt so ein. Hm. Sauerstoffflasche. Da. Okay. Muss ich jetzt echt den Weg zurück? Anscheinend. Gut. Dann wollen wir. Nee, das ist ein anderer Weg. Okay. Dann eben raus. Einen kleinen Weltraumspaziergang. Hat noch niemanden geschadet. Resultat. Systemspecialist. McDonna. Andrew. 2. Juli. 2037. Home in 6 Tagen. Feels like 600. I'm gonna do it different this time. Oh. Mann, die Musik noch irgendwie viel unheimlicher. Es ist gar nicht auszudenken, diese Situation. Oh, verdammt verpasst. Da, dich kriege ich. Hör auf dich zu drehen. Nee, das war das, was ich gerade weggeworfen habe. Aber dich kriege ich. Okay. Oh Mann, ist das gerade grauenhaft. Oh nein. Wer bist du? Kenn ich dich? Moment, ich brauch Sauerstoff. McDonalds. McDonalds. Oh nein, das ist McDonalds. Verdammt. Moment. Okay. Autsch. So. Ähm. Hey. Kann ich mit ihm was machen? Kann ich mit ihm was machen? Oh nein. Verdammt. Okay. Kann ich mit ihm was machen? Oh nein. Verdammt. Fall. Oh. Sauerstoff. Oh mein Gott. Da vorn. Ich sehe es schon blinken. Wie denn? Ich kann nicht. Wie geht hier gerade echt die Luft aus, Leute? Wie wichtig es zu tun, als euch zu antworten. Okay. Mann. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Was? Das ich angeblich so dringend brauche. Aber okay. Ich vertraue ihm mal meinem Anzug. Wenn er mir das sagt, dann wird es schon stimmen. So. Ich möchte auch wissen, was da drin ist. Ich glaube ja nicht viel. Sauerstoff. Okay. Nun gut. Falls wer von euch da draußen die Oculus besitzt und dieses Spiel oder ein ähnliches Spiel schon mal gespielt hat, es würde mich echt interessieren, wie das so ist. Was eure Meinung zu dem Thema ist. Ist es eine ziemlich starke Verbesserung von der Immersion? Ich hatte leider bisher noch nicht die Möglichkeit es zu testen, aber es wäre so interessant. Vielleicht bestelle ich mir eine demnächst. Ich weiß noch nicht. Oh Mann. Astronaut. Olivier. Sebastian. Bescheid. Commander. Oshima. Alex. Aktiv. Ja. Das stimmt. Ich bin hier. Kannst du dich Kontakt zur Erde aufnehmen? Und denen sagen, dass es mir gut geht und die sollen wir uns schicken? Taxi? Warum Schmetterlinge? Aufgrund der Schönheit der Tierchen? Oder einfach weil die für die Bestäubung zuständig sind? Oder jemand mochte einfach sehr gerne Schmetterlinge? Okay. Spiritus Mainframe. Sonst irgendwo eine Leiche? Ich hoffe nicht. Hi Erde. Altes Haus. Ich komme zu dir zurück. Irgendwie. Ja. Ich weiß. Ich habe es schon mal gesagt. Ich sage es wieder. Der Typ ist echt ein Pessimist. Okay. Und die nächste Luke wartet auf uns. Ich bin gespannt was dahinter ist. Unsere Rettung vielleicht? Noch mehr Pflanzen. Okay. Dann hole ich mir noch mal ganz kurz hier die Luft. Hab dich. Und da sehe ich was. Moment. Moment. Okay. Ja Freunde. In der nächsten Folge werden wir uns einfach weiter in diese Richtung bewegen. Irgendwo oder irgendwann muss doch die Möglichkeit auf Rettung bestehen. Es muss einfach passieren. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Taco. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.